Wee! Müssen wir noch irgendwie rauskraulen? Wen? Müssen wir irgendwie noch verkraulen? Geht ja gar nicht. Wen? Wohin? Will ich ein Praktikum an sagen? Ich höre alles! Ach, guck mal. Doch, Essen! Oh, ich hab so Hunger. Die Tafel Schokolade hat nicht gereicht. Ich hab keinen Hunger, ich hab kein Geld. Geld haben wir. Soll ich mal ausgeben? Nein, 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 nein. Guck mal, ob ich was zu tun finde. Ob die Pantos schon drinstehen. Wann sollten die drin sein? Ja, alles klar. Gibt's hier was zum Essen? Aber natürlich hab ich was zu essen. Oh, was denn? Tacos? Nein. Oh. Wir haben vier verschiedene Sandwiches. Einmal das Crill Cheese Sandwich. Dann das Pastrami Sandwich, das ist mit gepökeltem Rindfleisch. Dann das Chili Sandwich, das ist mit Avocado und Chili Flop. Mhm. Und dann noch das Beach Sandwich, das ist mit Rucola und Karotte. Aber ist heute nicht Taco Tuesday? Ah ah. Ach, Mann. Wir sind vom Chaos Express. Ah, okay. Ähm, ja, dann... Ich glaube, ich will so ein Grilled Cheese Sandwich haben. Ein Grilled Cheese. Ja, was kostet das dann? 40 Dollar. Aber ich muss das mit Superkater machen. Ach so, ja, gut. Dann, äh, dann nehm ich das gerne. Möchtest du dazu noch was zu taken? Ähm, was habt ihr denn? Apfelsaft, Früchte-Smoothies oder Wassermelone-Smoothies? Oh, Wassermelone hört sich gut an. Auch eins? Mhm, auch eins. Okay. Moment. So. So. Dann kriegst du hier einmal deine Tüte. Dankeschön. Und dann stelle ich dir eine Rechnung von 70 Dollar aus. Mhm. So, dann bitte einmal die Garte durchziehen und mit Krümisch tätigen. So, ja. Ich danke dir und dann lass es dir schmecken. Danke, danke, tschau. Tschüss. Ist das geklappt? Ja. Sehr gut. Bist du jetzt ein Teil von uns? Äh, fast. Ich unterschreibe am Donnerstag. Ich hab heute nochmal Stütze geholt. Präck. Präck. Oh, Grill-Cheese-Sandwich. Geil. Eigentlich ist ja heute Taco Tuesday. Aber die hat keine Tacos. Das ist doof. Mhm. Obwohl sie auf dem Wagen steht. Ja, Daniel, du wolltest was? Was? Was bringst du denn hier für Leute hin? Ja, furchtbar, gell? Die hier? Ja, voll schlimm. Ja, ich weiß. Bin die Schlimmste von allen, glaub's mir. Ich weiß. Ich geh mich auch ein bisschen. Hey, passt schon. Alles gut. Mhm. Bring nur gutes Personal. Ja, schämst dich. Ja, ja. Mhm. Alles ist besser mit Käse. Ist so. Käse ist das Beste. Mhm. Und zum Schnecken. Ich muss mal kurz was klären. Ich komm sofort wieder. Mhm, geh klären. Na, du schon wieder. Mal gucken, was überhaupt noch hier ist. Sieht schlecht aus. Ja. Da vorne steht noch eine Frau, aber ich weiß nicht, ob die dazugehört. Ich glaub nicht. Oder sie war beim Friseur. Wir haben eine Rothaar. Dann erkennt man die Frau nicht mehr. Da kommt noch was. Mhm. Was willst du momentan für ein Auto? Frag nicht. Die billigste Schrottkarre überhaupt. Aber... Nee, ich hatte irgendwas für 10k, was ich noch Probe fahren wollte. Okay. Da muss ich mal fragen. Wahrscheinlich nicht an mir. Das kann sein. Aber besser ist mein Scheiß, hey. Was fährst du? Ja, von allen anderen Autos sind auch wirklich deutlich günstiger im Spritverbrauch. Mhm. Außer meins. Wieso, was fährst du? Äh, die Benji, also der Rotor da hinten steht. Ach, das ist deins. Mhm. Mhm. Ich hab noch nie ein Auto vorher hier gefahren, weil es so viel Sprit braucht wie das. Scheiße. Muss es wieder loswerden? Nö, ich behalte die. Zweite Auto. Ich hab noch ein Auto deswegen. Sonntags Auto. Ja, Zweitauto auch, ja. Aber der andere Auto hat momentan ein Kollege von mir geliehen, weil der momentan ein bisschen Carlos ist. Okay. Was ist das? Der hat kein Auto. Nein, ich mein, ach so, er hat gar keins auch. Ja. Er hat eins verkauft und wartet jetzt auf eins, wo er auch schon länger drauf gespart hat. Mhm. Deswegen hab ich gesagt, komm, nimmst du von mir den anderen. Geht sonst eh nur vor dem Haus rum. Hehehe. Ah. So. Siehst du schon, werde ich gefragt, wie es gelaufen ist. Es ist ruhig gelaufen. Meinst du? Hehehe. Denk schon, ja. Ja, voll. Ja, ich sag mal so, normalerweise tun wir uns so unter vier Augen nochmal beraten, so. Ah, okay. Was man von der Person hält, aber... Ach so. Irgendwann war grad schon ziemlich deutlich, dass das gut passen könnte. Na, cool. Hehehe. Das freut mich. Guck mal, wie die Tage so ablaufen. Mhm. Wie du rein findest und dann... Ja, ich freu mich schon voll auf Donnerstag, ich kanns kaum abwarten, endlich wieder in Autos rumzuschrauben, ey. Ich hab schon voll den Entzug. Mhm. Davon hast du hier auf jeden Fall genug. Ja, das glaub ich. Manchmal auch mehr, wie man eigentlich möchte, aber... Es sind halt immer noch Autos. Mhm. Ach, solange ich was mit Autos machen kann, bin ich glücklich. Ja, war bei mir auch der Fall. Mhm. Ich hab hier eingereist und ich glaub... Drei Wochen, nachdem ich eingereist bin, hab ich mir ein Auto gekauft. Mhm. Hab das hier verlieren lassen, hab dann zufällig nach dem Job gefragt. Ja, und seitdem bin ich hier. Mhm. Ja, ich hab auch schon geschaut. Ich hab halt gleich geguckt, was kann ich mit Autos machen, Rennen fahren. Bin tatsächlich auch schon ein paar Rennen gefahren. Ja, und dann hab ich den Jay getroffen, der gesagt hat, na dann musst du doch eigentlich zu uns kommen. Weil ich hatte erst überlegt, ob ich vielleicht irgendwie Taxi oder so, dass ich halt fahren kann. Mhm. Aber das ist halt viel geiler. Okay, hier fährst du ja auch, nur halt viel fährst du meist zum Lkw. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich kann schrauben und alles. Also das ist halt... Die Vielfalt ist halt viel größer. Mhm. Das stimmt. Du siehst hier jede Menge Leute, jede Menge Autos. Ja. Wenn was Neues in den Start kommt, die meisten sind davon direkt bei uns auf dem Hof und lassen das tunen. Ja. Also du bist eigentlich immer... Das ist schon geil. Ich bin ziemlich aktuell am Geschehen dabei. Mhm. Wenn bei PDM irgendein schönes Auto gekauft wird, meistens steht das fünf Minuten später hier bei uns auf dem Hof. Mhm. Ja, perfekt. Kann man sich immer gleich alles anschauen. Ja, das ist so. Also man sieht hier wirklich viel. Mhm. Man sieht zwar auch ein paar nicht so schöne Sachen, weil das hat man automatisch, wenn man mit Kunden zu tun hat, macht man schon mal welche, die nicht ganz so gut gelaunt sind. Mhm. Oder ein Lied singen wollen, statt zu bezahlen. Gibt's auch, ja. Aber im Endeffekt macht die Arbeit schon Spaß. Definitiv. Gut. Ich muss jetzt mal kurz im Büro vorne. Ja, mach das. Nachher noch hier, oder? Oh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich schau auf jeden Fall nochmal vorbei, denke ich. Mhm. Ja, mach dir ruhig. Jo. Alles gut. Okay, dann. Sonst sehen wir uns spätestens Donnerstag. Genau. Alles klar. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Hm. 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 Hi, ich bin wieder da. Hallo Max. Äh, warst du heute schon mal da? Entschuldigung. Es tut mir sehr leid. Wer bist du? Ich hab so ein schlechtes Namensgedächtnis. Das ist der Wahnsinn. Hm. Hm. Wir waren die Live-Stelle. Hm. Wer ist denn jetzt? noch da? Scheiße. Wo ist mein Fahrrad? Hey. Hey. Hey Susi, was machst du? Äh, ich bin grad mit zwei anderen Mädels unterwegs. Ah. Ja. Hast du inzwischen einen Fahrbahn-Untersatz? Hm, nein, aber ich hab einen vorläufigen Führerschein. Yeah, den hab ich auch. Ja. Und einen Fahrbahn-Untersatz hab ich auch einen. Hast du gekauft? Ja, gekauft gekriegt. Ah, okay. Ja. Ja, ich, ich, äh, muss mich da auch mal kümmern, dass ich mal einen richtigen Führerschein hab. Ja. Ja, ich hab ne Schrottkiste bisher. Ich hoffe mal, dass sich das noch ändert, aber ich hab jetzt auch einen Job. Yay! Voll geil. Ich hab tatsächlich auch. Yay. Echt was? Ja. Ähm, 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 ich fang oben in der Praxis an morgen. Ah, cool. Das freut mich für dich. Ja. Bewerbung geschrieben und vorhin, ja, Vertrag unterschrieben. Ja, geil. Ja. Ja, ich konnte einen Vertrag noch nicht unterschrieben, äh, unterschreiben, weil ich Stütze bekommen hab heute noch. Ähm. Ja, ich hab ihn trotzdem unterschrieben, aber ich kann halt morgen erst arbeiten. Ah, okay. Na, die haben gemeint, ich soll lieber noch nicht unterschreiben, weil das ein bisschen gefährlicher wär. Keine Ahnung. Hm. Ähm, ja, beim LSC. Also, ich fang am Donnerstag an. Aber das passt für mich ja auch voll. Mach ich heute noch einen entspannten Abend und so und dann starte ich am Donnerstag. Ja. Ja. Cool. Freut mich für dich. Danke, ich freu mich auch für dich. Ja. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Ja, nee, ich bin grad mit meinen, mit zwei Mädels von Daniel unterwegs, ähm. Ja. Volles Auto. An, an, an die, an die Quelle sind wir gefahren. Was für eine Quelle? Ja, eine Quelle. Oh. Und die kennt nicht jeder. Oh, cool. Ja. Interessant. Muss ich auch mal hin. Ja. Ja. Können wir tun. Irgendwann mal. Oh, ja. Und ich sollte mir noch ein anderes Oberteil kaufen. Aha. Ich hab nur ein zweites zum Wechseln und irgendwann ist das schon eklig. Ja, das ist richtig. Ah, na gut. Ja, ich wollte mich mal bei dir melden, weil das vorhin irgendwie so blöd war. Das ist aber schön. Ja. Ist ja nicht stimmt, alles gut. Jojo. Einfach nur irgendwie chaotisch. Also mein Tag war echt extrem chaotisch. Hm. Warum nur? Ach, ich weiß auch nicht, du. Ich war mit Sancho unterwegs, deswegen. Nein, nein. Kannst du liegen haben. Alles klar, weiß Bescheid. Und hattet ihr auch schon was von meine Sita und so'n Scheiß geschwafelt, ja? Ja, sowieso. Aber da kann man ja ganz gut abblocken. Ja. 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 Was machen die jetzt? Aber lustiger Kerl. Okay, ich werde mir jetzt glaube ich noch was zu essen holen und dann schaue ich mal. Jojo, melde dich, wenn dir langweilig ist. Mach ich. Ciao. Ciao. Wenn man vom Teufel spricht. Hurra. Buenas. Hallo, Sancho. Herzlichen Glückwunsch, Sita. Danke. Also am Donnerstag fange ich an. Ja. Voll geil. Und was hast du so getrieben? War bei Dimashy Service. Und jetzt nicht mehr. Oh. Schon fertig wieder mit Arbeit, oder wie? War vor eine Stunde. Ah, okay. Bist du da telefonisch nicht erreichbar? Doch, aber ich habe mich gerade ein bisschen verletzt. Doch, aber ich habe mich gerade ein bisschen verletzt. Ich habe mir ein bisschen hingelegt. Ah, okay. Alles klar. Ja. Ich überlege gerade. Hast du heute noch große Pläne? Na, ich wollte vielleicht noch gehen in die Bahama Mama. Oder weil ich dachte, das ist, ja. Oder mal gucken was sonst. Hm. Hm. Ja, ich würde auch gerne so ein bisschen feiern, dass es geklappt hat. Deine besten gehen in die Bahama Mama. Bahama Mama? Natürlich. Ah, okay. Kenne ich gar nicht. Ich kenne hier noch nicht so viel. Oh, das ist mein Club. Dein eigener? No, ich bin der Sancho Forales. Also, ich meine, sollte kaufen. Aber ich finde, es ist besser, wenn wir weiter in die David. Nochmal. No, das ist die Club für die David. Er hat mal gesagt, Sancho, wolltest du eigentlich den Club kaufen? Und ich habe gesagt, no, ist besser, wenn bleibt dein Jahr. Ah. Also, ich arbeite einfach so als Sancho Forales. Ah. Ah. Okay, verstehe. Ja. Aber du hättest ihn haben können. Ja, weil, hm. Mhm. Da hat man ein Problem mit einer Sicherheitsfirma. Und, äh, das wir konnten aber klären. Und deshalb wäre auch die David wieder gut. Ah, verstehe. Ja. Jo, ähm, ich wollte jetzt noch ein bisschen mit meinen zukünftigen Kollegen hier quatschen. Mit sind auf einmal wieder welche da. Gerade war keiner da. Und dann habe ich gedacht, könnten wir uns ja auch nochmal treffen oder so, wenn du Bock hast. Natürlich. Zum Beispiel da in diesem, was ist denn das? Spa-Ding. Bahama Mama. Ja, genau. Das machst du auf 21 Uhr. Ah. Aber vielleicht davor noch ein bisschen. Vielleicht auch nicht, weiß nicht. Keine Ahnung. Wir können ja nachher einfach mal da hinschauen. Ja. Ich melde mich dann nochmal, ja? Natürlich. Okay. Ciao. Hallo, grüß dich da. Hey. Ähm, die 7. Hi. 8, 7. So schnell bist du? Ja. War direkt das zweite Pause bei Whistle, deswegen. 7. 7. Ja, genau. Er hat alles im Handy geordnet. Äh, Sonax 8, vielen Dank für deine Follow. Und Max, sorry. Hey, Platz, mach es weg. Ich fände nicht eine Nummer, wenn ich jemanden suche. Hey, nur wegen dir bin ich ja zum Dienst gegangen. Was gibt's noch nicht da? Ey, der Platzdienst. Hm? Weil sonst würden wir nämlich, wir können ja sonst mit dem Flatbett sogar da runterfahren, auf Abruf. Bist du noch Carlos? Dann fahre ich mit dem Stemmuster zu zweit hin und sind auf Abruf. Hast du gedacht, dass ich hier auf der Couch irgendwie ein Auto finde? Ja. Mal schauen, was der Chef dazu ist. Kann das sein? Weil dann könnt ihr ja trotzdem anfunken. Ja, ist richtig. Aber dann zahlt ihr ja trotzdem ab und zu weg und dann haben die trotzdem irgendwie wieder keinen da. Ja, dann müssen die ja für den Moment warten. Dann wissen sie aber, dass wir in, was weiß ich, 10, 15 Minuten wieder da sind. Richtig. Ja, gut. Weil dann sind wir ja trotzdem noch für euch verfügbar. Weißt du? Mal was der Chef dazu sagt. Ja klar, im Endeffekt muss der es. Ich wollte es jetzt nicht selber entscheiden. Ich hab gesagt, die muss ich mal anschauen. Oh, Italy, GTB. Deswegen hab ich ihm ja auch gesagt, der soll die Nachstelle anrufen. Wo ist ein Italy? Also im Fakt. Wo ist ein Italy? Zu verkaufen? Auch für wieviel? 190. Ach, scheiße. Wie so viel? Aber nett. Arschviel. Ich will ein Italy haben. Da kann man jetzt ganz kurz bei mich ja fließen kommen. Einfach geduld haben und ein bisschen warten. Genau. Irgendwann im PDM kommt schon wieder einer. Steht doch gerade einer oder irgendet? Da steht gerade einer, wollte ich gerade sagen. Ja. Das siehst du. Aber der kostet 191. Mhm. Ja. Äh, was soll ich mit dem Geschäftlichen? Gleich mal Honda. Achso, ja. Im Geschäftlichen. Ähm, folgender Fakt. Der Supermarkt hat gerade jemanden losgeschickt, um den Pounder da abzuholen. Okay. Ich hab dem jetzt gesagt, die sollen das bitte erstmal mit dem Krankenhaus klären, was da jetzt Phase ist und fertig. Ja, richtig. Also wir machen da jetzt gar nichts. Okay. Und die, wie gesagt, der hat gerade jemanden losgeschickt, den Pounder da abzuholen. Also daher. Ah, okay. Keine Ahnung. Brauchen die eigentlich einen komplett Pounder voll essen? Was? Ähm. Ist die ganze Stadt zum Spenden oder was? Ne, wenn du spendest, kriegst du irgendwie Essen trinken umsonst irgendwie. Ja, okay. Wollen wir spenden gehen? Ich meine, wenn wir alle eine Runde spenden, dann können wir ein bisschen uns für ein LSD machen. Und darum ging's halt. Und deswegen hatten die sich halt vom Supermarkt irgendwie den Pounder geliehen, damit die das alles verstaut kriegen. Hm. Wann ist denn da Blutspende? 20 Uhr. Ach, ab 20 Uhr. Hm. Also ab 20 Uhr ist Blutspende. Hm. Heute? Ja, heute. Ja. Da haben die gestern Abend um 21 Uhr auch nochmal angerufen gehabt. Daniel, gehen wir Blutspenden? Oh Gott. Der LSD geht Blutspenden für die Bürger. Ach so, ich würde auch Blutspenden gehen. Fahr mal mit dem Bison hin. Bin ich nicht. Sammelblutspende. Mein Blut kriegt gar nicht. Ey, von mir liegt noch ein Liter Blut da vorne in der Einfahrt von gestern. Oh. Hm, danke. Kannst du mal sauber machen. Ich komm sofort wieder. Ja, wär ich jetzt auch dafür, dass du dir mal drinnen Eimer, Putzeimer und Wischmopp holst und das dann weg machst. Hm. Wir haben ja praktisch. Ist ja ekelhaft. Kann ich dir mir was zu trinken kaufen? Mhm. Ja. Ich kann dir auch was geben. Meine Taschen sind voll, ich kann mir nichts kaufen. Ich hab Bock auf Wuchsen. Ich hab auf die nur zwei Menüs mehr nicht. Die zwei Menüs. Ich will bei denen nichts kaufen, weil die so teuer sind. Du darfst die nicht so kaufen. Die teuer. Du bist so ein Geizhals, Mann. Was? Würdest du mich verarschen, Alter? Da kostet ein Steak mit Kartoffeln 150 Dollar. Ja und? Da gibt's nichts, außer vier Sandwiches und Wassermelonen-Smoothies. Ja. Keine Ahnung. Und was war das? Eistee oder irgendwie sowas? Eistee hat sie nicht. Nee, Apfel. Wassermelonen irgendwas. Das trinke ich gerade. Das ist voll lecker. Smoothie, genau. Das ist echt gut. Gerade bei der Hitze heute, das erfrischt voll. Okay. Mh? So, Daniel. Willst du mal probieren? Ich hab schon. Ach so. PDM. Ach du, mit dem PDM. Zug mir die denn in meine Autos. Warum denn? Na, hat die Brille schon geputzt? Du 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 du. Du musst deine Brille putzen. Ja. Extra Scheibenwischer, schau. Ja. Ich warte bis mein Bruder kommt. Dann drücke ich dem das aufs Auge. Huch. Ey. Ich werd arm, ey. Ja, ja. Bei der wird man arm. 200 Dollar hab ich was hingelegt. Sechs Minuten muss ich dafür arbeiten. Wir müssen das Geld ja wieder reinholen, weil sie da Verlust machen jetzt. Oder? Hab ich mich jetzt verrechnet? Nee. Für 200 Dollar musst du sechs Minuten arbeiten. Was? Wer sagt denn für 200 Dollar? Hast du doch grad gesagt. Nee, hab ich nicht. Für das, was er gekauft hat, muss er sechs Minuten arbeiten. Für zwei Früchte-Smoothies. Leitstelle? Steht da hinten. Wer? Die Leitstelle. Was mit der Leitstelle? Der wird jetzt wieder einen Anruf kriegen. Diesmal vom FD. Was haben die jetzt für Sorgen? Die hat dasselbe Problem. Ja. Supermarkt-Fritzer soll das mit denen klären. Ja, keine Ahnung. Hab ich dem auch gesagt. Das ist nicht unser Fahrzeug. Die sind erreichbar. Also klär das mit denen. Ja. Warum sag ich doch. Callcenter J. Boah, jetzt klingelt mein Telefon schon wieder. Ich raste gleich aus. Ich raste meine Nummer nicht haben. Ich flieg unterm Radar. Ich bin unbekannt. Und? Udo, erzähl. Was ist los? Möchtest du in den Kreis? Geht rein. Okay. Ausgeschlossen. Müsst ihr nicht was arbeiten oder so? Bestimmt. Machen wir das schon. Okay. Warte. Also ich lerne jetzt grad schon, ne? Ich stehe dann am Donnerstag hier und sehe cool aus. Nur im Blaumann halt. Warte, ich mach die Tür weg. Oh ja. Okay. Hey, Felix, warum Platz? Was denn? Schieb ihn einfach auf die Seite. Ja, bitte. Ja, sicher. Schieb hier Clay aus. Warum? Weil ich glaub, in 10 Minuten hat gerade mein Telefon fünfmal geklingelt. Ist halt wichtig. Du musst nur schon mal einen Durchbruch haben. Aber eigentlich auf der anderen Seite. Du musst nur mal einen Durchbruch haben. Hehe. Es geht mir auf den Sack. Und SkyM geht heute Abend wieder ins Hotel. Wer ist Sky? Anrufe am Ende. Was für ein Hotel? In das Haus. Hallo, wer ist von uns Gregor Sky? Ich nicht. Das weiß ich. Gregor Sky, wer ist das? Keine Ahnung. Der soll das mit den Medizinern da ausgemacht haben. Dass wir da runterkommen und LKs auf und zu. Keine Ahnung. Gregor Sky. So. Es gibt einen Georg Vogel. Oder irgendeinen Sky. Haben wir einen Sky? Haben wir einen Sky? Sky haben wir nicht. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Es gibt eine... Oh Gott. Kommt doch fast hin, oder? Ich flipp hier gleich aus. Vor allem das Schlimmste ist, dass die mich alle privat anrufen. Warum gibst du den ganzen Leuten deine Nummer? Im Prinzip ist das nur der Chef vom Kunterbund, der mich die ganze Zeit anruft. Warum? Die rufen alle bei dir an. Der ist ja alle. Der ruft für die alle an. Bei mir. Dann sag ich hab keine Zeit. Mhm. Geh halt nicht hin. Wer ist mit dem Auto für dich gefunden? Was denn? Hebrourek, 6000. Nelzen, kannst du den überhaupt leisten? Entschuldigung. Ey, die war der Knall. Ungelogen, Alter. Wie unfreundlich. Jetzt hab ich zu schnell meinen Ingwer-Tee getrunken. Ist die mir vor unten durch gewesen, aber nachher war die eigentlich korrekt? War das diese... Warte, wie heißt die? Kannst du dir den überhaupt leisten? Gibt's ja nicht. Das war schon der Hammer. Könnt ihr euch dann irgendwas leisten, das Auto? Moment. Aber wie geil Slow auch geschockt war einfach. Loba, Tayron, würdet ihr bis den... Kannst du dir den überhaupt leisten? Ja, ich hab das 773er angefangen. Das ist ein Baller von der Polizei, der gepanzert ist. Der hat... War das die Eve? Eve Goodcat? Ja. Was ist das? Okay, dann fahren wir das mal an, die Polizei. Ja... Da war keiner mehr vor. Ja, die war gestern auch hier. Ja, die ist ein bisschen komisch. Mhm. Fand ich auch ein bisschen komisch. Das ist komisch. Lass uns die mal runterwirtschaften, oder Nelson? Ich hab ja gesagt, wir machen die da einfach fertig den Laden und dann übernehmen wir drei den. Weißt du, für was für Geld die die Autos einkaufen wollen? Die haben sie nicht mehr. Alle. Ey, den... In Rapid GT kannst du jetzt für 80.000 kriegen. Oder 7.800 wollen die haben. Ach, äh... Auto und Geld und so. Probefahrt? Heute noch? Ja, können wir machen. Womit? Ähm, Prairie. Ui. 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 Mhm. 90. Wenn 106 nicht reichen. Ich biet mal 100. Ich sag ja fast. Hat der denn noch mal hinterlassen? Was ist mit Mount Chiliad? Man muss einfach mal Dreistigkeit zeigen. Wie Mount Chiliad? Ja, genau. Hat der Tommy heute schon wieder ein Schwarzer verkauft? Ja, der ist in Bearbeitung. Schön. Ach, der Junge ist behindert. Tommy. Den hat er... Also das ist mit Andi ist schon auf dem Mount Chiliad unterwegs. Den hat er, glaub ich, vorhin gekauft. Ja, keine Ahnung. Jeder scheint... Ich fang sofort wieder. Hab ich gar keinen Bock. Da stand ein Neuer. Was rennt der denn ständig? Hat der Durchfall oder was? Der hat der Minus. Der hat eine Mädchenblase oder was? Warte, der will dafür haben... Was heißt denn das? Ich steh hier schon viel länger und ich hab schon zwei Getränke getrunken. Den müssen wir privat gekauft haben. Mhm. Keine Ahnung. Der kostet neu... Aber diese Race Wars Leute verkaufen auch einen Syltan. Das ist zwar der Viertürer, aber... Der ist aber... Ja. Keine Ahnung. Man kann ja mal fragen, was die haben wollen. Ich rufe die. Was soll ich dir sagen, was die dafür haben wollen? Das ist Baxter. Der will bestimmt 90.000. Ja, dann leg ich wieder auf. Klingt nach dem Plan. Klingt nach dem Plan. Okay, warte. Ich rufe an. 9, 8, 5, 9, 7, 1. 200 Dollar. Was sagst du, wer näher dran ist? Heil dich. Was verkauft er denn? Ich tippe auch so an die 80. Ja, okay. Du sagst 80, das 90. 200 Dollar, wer näher dran ist. Ja, Servus. Ich hab grad deinen Post gesehen über deinen Sultan. Was hast du denn da so preislich gedacht? Ah, okay. Alles klar. Danke. Tschö. 80.000. Gib dein Geld. Willst du mich verarschen? Ruf ihn an. Aktuelles Gebot 80.000. Was ist denn das für ein Penner, der hat voll die komische Stimme. Dexter halt. Dexter halt. Dexter oder Baxter? Baxter. Also, vorhin hab ich einen Baxter kennengelernt und der hat eine ganz normale Stimme gehabt. Vielleicht heißt er ja auch so. Bestlichen 100 kriegst du gleich. Danke. Ach Quatsch. Reicht schon. Ich feier deinen Wagen. Ich muss gleich sagen, gib mir nur mein Geld sparen. Gib mir nur mein Geld sparen. Gib mir nur mein Geld sparen. Lageszins ist schon drüber. Ähm. Ah, da ist einer hingefallen. Aha. Perrekt, ja. Das ist ein Baller. Der sieht auch gut aus, der Baller. Panzert da. Das ist wieder Polizei. Ja. Wow. Jo, mutig du. Bei davor am besten. Ach du Scheiße. Das hab ich grad auch gedacht. Fuck. So fast wie beim Kegeln hier. Nur dass wir die Pins sind. Haha. Ja. Ich geh dann mal. Soll ich schon jemand dreimal aufs Marker oder? Oha. Oha. 80.000. Was gibt's so neu in den normalen Sultan? Wie soll denn Neues geben? Überlegst du's ernsthaft? Haben wir irgendwie einen neuen Mitarbeiter? Oder... Ja. Nee, ich nicht. Haha. Ich bin die Shiva. Hi. Was ist jetzt mit Olivia? Ist die gekommen zu dem Gespräch heute? Oder was da geplant war? Was? Die ist gekommen? Oha. Ein Gespräch geplant. Achso. Hm? Olivia ist ein Gespräch? Wieso das denn? Mit ihr war heute ein Gespräch. Achso. Ja. Sorry, dass ich nicht alle darmen kann. Das ist so schnell zu Ende gewesen, weil das so negativ war. Mhm. Ja, tut mir leid für dich. Deswegen steh ich ja ohne Blaumann hier. Ja, genau. Deswegen. Und ich bin halt trotzdem da, weil ich so hartnäckig bin. Auch wenn's scheiße lief, ich steh hier und... Ich kann dir sonst Daniels Nummer geben, dann kannst du dir nochmal anrufen. Und am Donnerstag komm ich dann mit meinem eigenen Blaumann, weil ich's unbedingt will. Ach ja. Na dann, ab Donnerstag willkommen, oder was? Ja, so ungefähr. Wieso nicht ab jetzt? Ich hab heute nochmal Stütze geholt. Ui. Da haben wir grad ne Geschichte. Wieso? Das ist gut, dass du nicht angenommen hast. Daniel hat einfach Stütze geholt. Und das FYB hat das rausgefunden. Ja, klar. So arm bin ich auch nicht. Ja, was meinst du, warum die beiden so viel Geld haben? Die wollen sich ständig immer noch Stütze nehmen. Jaaa. Ja, klar. So schafft man's nach oben. Die armen Mitarbeiter auf die Kleinen, weißt du? Jeden Tag eine Stunde arbeiten nur für Miete. Lass mich in Ruhe. Ja, so kriegt man dann das Geld für den Italy zusammen, ne? Nee. Das wird nix. Wenn ich in Italy kaufen kann, kau ich mir lieber ein Haus. Jaaa. Jaaa, aber... Ich hätte auch gar keinen Bock auf in Italy. Ich könnte auch in Italy schlafen, weißt du? Nee, der ist viel zu klein. Dann schlafe ich lieber in der Banshee. Kannst doch gut machen. Kannst doch gut machen. Ich find den Italy gar nicht so geil. Ich find den so geil. Und außerdem fahr ich an dem Italy vorbei. Haha. Wie, du fährst dran vorbei. Den scheiß langsamer. Mit deinem Auto fährst du vorbei. Den Retro-Custom, den Kometen, den hätte ich auch sofort genommen. Da hätte ich tatsächlich nicht gezögert, ey. Ey, wo ist jetzt eigentlich der Jay hin? Steht er beim Essen. Schon wieder? Okay. Dann hat jemand Hunger. Gut dann. Dann arbeite ich heute. Ich bin seit 15 Uhr im Dienst. Und stehst hier noch rum? Hat er nur zwei Kunden. Achso. Ja, du gehst hier immer, wenn die Kunden kommen. Ja. Oh, ich muss aufs Klo. Hast gelogen. Ja, habt ihr grad wirklich nichts zu tun, oder wie? Nö. Oh, okay. Das ist quasi alles, was du hier siehst. Achso. Also ich bin seit 18 Uhr hier um schon drei Kunden gemacht. Ich hatte von 15 bis 17 Uhr einen Kunden. Und dann um 17.30 Uhr nochmal einen. Mhm. Oh, da war ich nicht mehr alleine. Okay. Tja, die PDM-Bestellung. Die sollte mal kommen langsam. Uh. Mhm. Was wir jetzt haben, Daniel, für den? Hast du noch einen Dosenöffner bei dir in der Werkzeugkiste, damit du den da rauskriegst? He. Oh, okay. Sag ich so bestimmt. Mal gucken. Jo, tschüss. Du. So. Ähm. Selber so. Ich habe einen Spezialeinsatz. Wer möchte den machen? Das ist eine Mule öffnen. Können keine Spezialeinsätze machen? Nein, nicht so einen Spezialeinsatz. Ein kleiner Spezialeinsatz. Eine Mule öffnen. Ja. Und mit dem... Hast du dich nochmal hingelegt? Nee, gar nicht. Ach so. Hast du das Handy ausgemacht? Nee, war nur gerade pinkeln kurz. Ah. Ja. Ähm. Ja, also wenn du Lust hast, können wir jetzt was machen. Ich habe jetzt nochmal mit denen gequatscht und jetzt arbeiten die was und äh... Mhm. Tatsächlich hast du mich hierher gefahren und jetzt sitze ich hier so ein bisschen fest. Ja, dann hole ich dich mal ab, ne? Okay. Entschuldigung. Ich gehe noch schnell pinkeln, falls ich nicht gleich da bin, wenn du da bist, okay? Comprende. Okay. Bis gleich. Hallo, Uchika. So, ich gehe jetzt noch ein bisschen feiern. Viel Spaß. Wir sehen uns. Tschau. Ich mache es nicht. Nein, nein, alles gut. Ähm. Da ist ein schöner Busch. Der ganze Tee muss ja auch irgendwo hin. Äh, Wassermelonen-Smoothie, meine ich. So. Gut, dass sie so türkise Haare hat, ne? Ähm. Ich bin sofort wieder da. Ho? Hm. Ja. Hm. Nein, vielen. Lühm. Nein, vielen, vielen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Das sieht so ein bisschen aus wie der Schwanz von einer Maus oder so. So, wo ist der Sancho? Jetzt bin ich aber gerannt, hey. Ah, ich muss noch meinen Führerschein machen. Ich rufe ihn noch mal an. Bist du schon da? Ja, ich muss noch tanken. Ah, okay, okay. Von welcher Seite kommst du? Hm, von der Amigo-Wähl-Seite. Ähm, das hilft mir jetzt gar nichts, merke ich gerade. Ähm, ja, ich stelle mich mal auf die Straße, ja? Da bei diesem 24-Stunden-Laden. Okay, bis gleich. Na, dann hat's ja eh gepasst. Okay, ähm... Ich habe gerade eine SMS bekommen. Warte kurz. Nur so. Ist raus. Wer redet da? Okay. Ey, was hat mir die Lilly da auf den Boden geschmissen? Ich frag's mich jetzt echt. Ach, ja. Meine kleine Katze, hey. Ähm... So, lass ich mal ganz schnell schauen. Lexikon. Ja, wenn wir gerade warten, dann kann ich ganz kurz ins Lexikon schauen, ob ich diese Scheiß-Tasche wegbekomme. Ähm... Spenden. Spezial-Spiel-Absturz-Spieler-Event. Wie kann ich hier spielen? Tiere. Taschen. Tasche ablegen. Tasche aufnehmen. Einen Rucksack in deine Tasche legen. Deine Tasche, dein Rucksack. Äh... Ja, und jetzt? Das sagt mir... Ah! Alles klar! Hä? Oder auch nicht? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Deine Tasche, dein Rucksack. Einen Rucksack in deine Tasche legen. Das funktioniert nicht. Tasche ablegen. Ja, Tasche ablegen und Tasche aufnehmen verstehe ich. Aber nicht wie ich, ähm... Warte, vielleicht... So. Ich muss die doch jetzt irgendwie ganz klein machen können. Ne, jetzt hab ich's wieder nur umhängen. Aber ich will die nicht umhängen haben. Hm... Leute, was mach ich falsch? Das dürft ihr mir sagen. Das ist nichts... Nichts spielinternes. Ich mach mal kurz hier auf. Uah! Hänge fest! Mach ich heute gut, ne? Also... Ähm... Jeder Spieler hat die Möglichkeit, Taschen zu benutzen. Die Besonderheit hierbei ist, dass man die Taschen auch auf dem Boden ablegen kann. Wie das genau geht, könnt ihr hier sehen. Wichtig über einen längeren... Zeit, warum nicht die nur so Taschen... Hola, Chica! Hey! Spring auf! Äh... So. Ich hab grad versucht, meine Tasche ganz klein zu falten. Aber die stellt sich immer wieder auf. Ich sag's dir. Die ist ja grausam! Also bitte, was für eine böse Tasche! Die ist furchtbar. Guck mal, die ging ja alles. Ich glaub, ich schmeiß die jetzt dann weg. Die ist eh leer. Können Sie mal das Fenster runterkobeln, bitte? Was machst du denn hier? Na, können sie mir 200 Dollar geben? Willst du die Polizei ärgern? Na, dann nehm ich auch 100. Hab ich auch nicht. 50 Dollar. Hab ich auch nicht. Ihre Dienstwaffe. Hab ich auch keine. Oh! Na, die anderen vertrauen ihnen wohl nicht so richtig, ne? Ja, das kenn ich. Ja. Na, sie sind eine sehr arme, sind die original. Na, guck mal, dann hab ich ja nicht gedenkt, hab jetzt mitgebracht ein Geschenk. Die sind dritter hier, ja. Ich bin kein Geschenk. Na, dann nehm nicht, guck mal, die mag sie auch nicht. Ähm. Damit muss man leben. Ja. Ich hab nichts gesagt. Si mertuna, señor general. Alles gut. Ja. Na, ich wünsche noch eine schöne Polizeidienst. A luego. Vielen Dank. Komm, Chica! Feiert schön mit dem Chris, der hat heute Geburtstag. Ja, mal schauen. Mal schauen, sagt er. Ja. Was denn hat dieser? Der mag den Chris wohl nicht, ne? Weiß nicht. Der mir schien nicht sehr glücklich. Nicht sehr glug, oder? Gar nicht glücklich. Hm. Nein, nein, klug. Ja. Hm. 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 Das auch. Glücklich und klug. Na ja, vielleicht hängt das ja auch zusammen. Obwohl, dümmere Menschen sind meistens glücklicher, ne? Hm. Die müssen nicht über so viel nachdenken. Weiß nicht. Denkst du viel über irgendwas nach? Nee, gar nicht. Na, siehst du? Bist du glücklich? Ja. Na, schau. Bewiesen. Mhm. Ah. Mal gucken. Ich glaub, das wird ganz cool. Da zu arbeiten. Ach sie. Hm. Und die haben gemeint, sie hatten noch nie so ein schnelles Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräch. Mit ihr Outfit, ich mir das kann denken. Ähm. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist ein ganz... Ah, so wieder. Du bist eingegangen und gesagt. Hola, Signori. Ich bin hier vor meiner Vorstellung. Sie sind eingestellt. Nein, so schnell war's auch wieder nicht. Ich muss schon ein bisschen was erzählen. Ja. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Und die haben sogar gesagt, dass da hauptsächlich Männer sind und ob ich da ein dickes Fell hab wegen Anbaggern und so. Ja. Also, die wollen das ja auch gar nicht, schau. Suchst du hier im Müllcontainer irgendwelche Dinge? Mhm. Oh. Da sind Kondome drin. Ja. Die sind benutzt. Ahhhhh. Ahhhhh. Ahhhh. Also die Weintrauben würde ich jetzt nicht mehr essen. Nein, gar nicht. Ahhhh. Wer schmeißt denn hier seinen Müll weg? Eklig. Ah. Haha. Haha. Aha. Aha. Ich weiß gar nicht, wieso ich bei dir wieder aufsteig. Weil du mich magst. Hallo, gute Frau. Oh, na. Willst du ein Lager mieten? Nee, gar nicht. Geh mir schon. Ach so? Was machst du? Sachen einen da reinpacken. Bei die Utah. Ich warte hier. Natürlich. Hast du jetzt die gebrauchten Kondome da rausgenommen und packst die in dein Lager? Nee, gar nicht. Aus. Aber guck, ob ich da was finde. Okay. Hab aber nichts gefunden. Was wolltest du denn finden? Manchmal ich da finde Notizblock, wo interessante Dinge draufstehen. Oder siebenblocken oder Goldstücke. Okay. Weiß ich gar nicht, wie ich das wegwerfen. Wirklich? Ja. Hm. Und ganz oft ich bin ja recyceln. Weißt du, wenn ich gearbeite, ich gehe recyceln. Okay, interessant. Ja, weißt du, weil sonst ich mache ja nur selber Umwesersmutzung. Ja. Ja. Verstehe ich. Ja, ist doch eine gute Herangehensweise. Ja. Sag mal, kennst du eigentlich die Mimi? Natürlich. Meine Freundin. Mimi, von der Gittering? Nein, 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 nein. Oh. Nee, dann nicht. Meine beste Freundin, aber die ist so eine richtige Pennerin. Die hat ihr Hotelzimmer kaum verlassen, seit sie hier ist. Ja. Die finden es da total schön. Die liebt das Bett. Oh, das sind ganz schöne Betten. Im Hotel? Ja. Ja, ich schlafe da auch. Super. Oh. Oh. Und du warst gerade arbeiten? Aha. Eine Stunde aber nur. Oh ja, immerhin. Ja. Was machst du da jetzt gerade? Parken. Hahaha, danke. Wäre ich nie drauf gekommen. Bitte. Ach, sind wir jetzt in der Nähe vom Würfelpark? Ja, komm, Chica. Ah, ja, warte, ich will den Helm hier lassen. Natürlich. Das ist ja freundlich von dir. Okay. Ja. Ah, diese Tasche. Sie regt mich so furchtbar auf. Ich glaube, ich werde sie jetzt einfach wegschmeißen. Gib sie. Stehen sie auf dem Boden. Ich höre die vor dich zusammen. Kannst du das? Natürlich. Hier, bei mir, die rollt sich immer wieder auf. Ist ja grausam. Also bitte. Ja. Die ist ganz schrecklich, diese Tasche. Ja, bitte. Oh, danke. Wow. Du bist ja ein Naturtalent. Nee, gar nicht. Ich kann schon. Du hast bestimmt schon viele Taschen zusammengerollt, ne? Oh, ja. Ich werde die nie wieder auseinanderrollen, ich sag's dir. Ja. Krieg das nie wieder hin. Nee, gar nicht. Nee. Nee, nee, gar nicht. Warum gehst du denn so zittrig? Okay. Hey. Hallo. Schon wieder. Das war einer meiner Chefs. Was ist denn hier passiert? Oh, je, je. Okay. Oh, fuck. Was ist denn hier los? Weiß nicht. Okay. Was? Hier ist eine Blutspende. Sie können sich gerne vorne anstellen. Oh, na, eine dritte. Ja, ich muss auch Blutspenden. Oh ja, das ist das. Ja, dann stellen Sie sich vorne an, da können Sie sich anmelden. Okay, danke. Okay. 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 Wer ist denn Leute da rum? Die hab ich noch nie gesehen. Ja, die anderen haben ja alle erzählt, dass die so eine Nadel in den Arm bekommen haben, ne? Ja. Ja, der Arzt, bei dem ich war, hat mir in den Hals gebissen. Oh. Oh. Ich glaube, ich war wohl falsch, oder? Ich kann mich an nichts erinnern. Ja. Ja. Und die hat mir locker fünf Lütter genommen, so. Ich glaube, zum Frühstücken, ne? Ja. Das ist jetzt ein Vampir. Candy, bist du's? Nein. 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 Das ist, äh, Uschi Vanhausen. Oh, das sind ja was. Das ist Jutta. Oh, na. Hansel. Oh, Bigster. Oh, Bigster. Hansel, willst du auch ein paar Kürbis kehren? Ach, er schon wieder. Oh nein. Oh nein. Ich heiße Lisa. So große Kopfschmerzen vor Aufregung. Was soll ich denn jetzt sagen? Meie, meie. Ging's mal auf dir irgendwas sagen, glaube ich. Willst du eine Aspirin? Ich hab, glaube ich, noch eine. Ja, Hansel, willst du ein paar Kürbis kehren? Oh ja. Oh, ho. Ja. So. Dankeschön. Ich kann mich immer noch nicht an deine Frisur gewinnen. Aua! Ich steh grad Schlange, also. Oh. Machen wir eure Fumme gebissen. Aua. Ja, dann stell dich an. Wer kommt mit der Frise nicht an? Äh, ja, du stehst gerade an. Ich denke, immer bei ihm am Fäde ist dran. Sag ich mal. Ja, dir ist abgefallen. Was, der hat einen Fäde schwans? Ja, und was ist mit Ortega los? Ich würde sagen, er hält dich auch gut ab. Aber, ne, ne, so funktioniert das nicht. Ist das Ortega? Nein, dann können wir wahrscheinlich wieder. Ich glaube, es ist Ortega, oder? Ne, ist klar. So funktioniert das nicht. Nein, das ist nicht so ein Fäde, der hier steht, oder? Bäh. Bäh. Warum liegt dein Opa da? Die haben ihm sein Kinn geklaut. Die waren so mit seiner Narbe in seinem Mund, oder was? Das sind aber ganz schön viele Leute. Geil. Das ist echt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, oder was? Ja, aber... Das müsste ja voll leicht sein, dann mit Essen und so, oder? Warum? Er kann, weißt du, das Ding jetzt hält, Ortega kann seine Bettwäsche nicht selber wechseln. Warum? Weil er die Kissen nicht geweckt hat kriegt, weil du die doch so mit dem Kinn festklemmen musst. Um das Kopfkissen aufzuschütteln. Oh Gott, Liv ist tot. Er ist tot. Hilfe! Hier ist eine Tote. Hier ist überall Gehirnmasse. Ich hab doch kein Gehirn mehr. Ihr habt keinen Puls mehr. Hier ist ein ganz kleiner Fleck. Könnt ihr mal ein bisschen Abstand nehmen? Ich fahr mal unseren Gewolter zu mir. Hallo, du hier mit den... Hat er gerade gesagt, er fährt unseren Gewolter zu. Igor, warte, ich geh ihn kurz abschlechen. Wenn jetzt alle in einem kleinen Kruppler, würde ich gehen. Komm, ich abstelle... Könnt ihr mir mal auf den Weg gehen, ich muss jemanden abschlechen. Ja, zum Beispiel. Oh Gott, das Kinn schmeckt mir eigentlich voll gut. Warum, sie will abschlechen. Hä? Wie ist er hier? Hey, Leute. Ja, hallo? Karina, du geile Sau! Was? Was? Warum nicht? Ihr redet hier jetzt wieder. Warum nicht? Ich hab nur gesagt, ey, Leute. Obwohl, ich könnte... Was hier abgeht. Ja, ja, Tote. Mhm. Warum tragt ihn jemand hier Abzüge? Wieso ist das so irgendwie... Ich glaub, ich hab da rausgezählt. Luxusblutenname oder so? Wer ist der weibliche Jesus? Achso, weil sie auch verstanden ist? Ja, von den Toten. Was ist das für eine Frage? Geil. Am, äh... Kar-Dienster. Kar-Dienster. Ich hätte einen sehr schönen Laptans für mich zugegeben. Der Leute ist... ...geil. Ja, und hat selber keinen Spenden? Nein. Ein Jesus. Ich glaub, das ist null negativ, oder? Ah, okay. Null negativ oder null positiv kann ich allen spenden. Ich bin Z. Ja, und null. Es gibt A positiv, A negativ, AB. Ich bin Z. Achso, ja. Warum ist die rechte Schlange fast leer? Ich glaub, der Arzt ist da schlechter, hm? Warum gehen wir da nicht hin? Ich soll's nochmal sagen, oder? Aber ich geh da hin. Weil da ein Mann ist. Ey, das ist hier so eine richtig behindertschrechte Auftragung der... Nee, aber hab ich, ja. Das ist die Fast Lane. Na, Sancho, besser hier. Na, tu nicht. Wir haben die, wir haben die besseren Tickets. Ja. Und du da in dem Telefon gehst auch mal nach links. Na gut, wie er doch nicht hört hier... Oh, was? Loki's da? Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ich stell mich in die Mitte. Nee, du gehst nach links. Du musst erstmal erst mal ordentlich sein. Diego, geh mal nach links. Drängel doch nicht so. Nee, hier kommt die Link. Also, bitte. Du bist dran, wenn du dran bist. Nein, ich hab Diego da hinten zugerufen. Oh, da vorne steht da bei mir. Also, hier muss ich da noch verabschiedet werden. Hansel hat mich Diego genommen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich hab auch Diego gezeigt und gesagt, Diego. Aber das kommt halt alles dann nach dem Stand. Also, ich find das ja schon fragwürdig, dass wir das hier auf der Straße machen, ne? Am Boden. Was machen wir auf der Straße? Nee, der Boden ist geliehen. Ja, so wegen Dreck und so, ne? Ja, das gibt ein bisschen, das knirscht ein bisschen, wenn du das Blut kriegst, weiß ich. Okay. Gibt der mir auch gleich eine Tetanuss-Spritze noch mit? Nee, gar nicht. Nein, 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 nein. Das ist schon, dann verweichtigt der menschliche Körper. Naja, was man nicht alles für die Menschheit tut, ne? Ich hab dir alle hier unten gespritzt, damit die Dealer in der Stadt was zu tun haben. Ja, wahrscheinlich. Quasi anfixen auf hohem Niveau. Oh. Ach, gibt's noch Drogen dazu, oder wie? Ja. Hallo. Hi, Patrick mein Name. Hi, Shiva mein Name. Hallo, magst du mir kurz dein Ausweis zeigen? Äh, ja, Moment. Ah, hab ich ihn denn hingesteckt? Hier. Schön, dein Name. Bitte? Schön, dein Name. Ah, danke. Weißt du, deine Blutgruppe? Äh, ich glaube, A, B. A, B, positiv, negativ. Positiv. Positiv, alles klar. Sehr schön. So, ich werd noch mal schnell den Blutdruck bei dir messen. Mhm. Wo meinst du bei? Hola, Italiener, Taxifahrer. Bekomm ich dann auch gleich noch ne Tetanussspritze? Hey, hey. Ähm, das denke ich können die Kollegen dann im RTW gleich mitmachen. Okay. Ja, dann magst du einfach nochmal nach. Ja, jetzt. Wer ist dran? Hallo. Hallo. Hi. Oh, der ist das gar nicht. Wie macht das denn schön mit dem? Oh, sehr da. Und drüben ist der. Da müssen wir. Oh, der Blutdruck passt soweit? Mhm. Dann darfst du gerade an den RTW gehen. Der erste hier gleich. Ja, 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 ja. Jawohl. Danke. Sehr gut. Sehr gut. Dann messe ich aber den Blutdruck, ja? Okay. Hallo. Hi. Ich soll hierher kommen. Okay. Dann gehen wir einmal in den RTW. Mhm. So. Okay. Ähm, wie geht's dir? Mir geht's super. Das ist schön. Kennst du deine Blutgruppe? Ähm, AB positiv. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal den Stauschloch anlegen. Mhm. Machen wir das einmal hier zusammen. Mhm. So. Dann bitte einmal die Faust ballen. Ja. Da haben wir noch eine schöne Wehne. Mhm. Werden die jetzt nutzen. Achtung. Wunderschön. Ich zähl runter und dann werde ich dir den Zugang legen, okay? Jojo, alles gut. Eins, zwei und drei. Okay. Mhm. Okay, jetzt läuft. Ja. Läuft. So. Ich werde dir maximal halt eben, werden euch 500 Milliliter abziehen. Mhm. Ähm, wenn du, wenn die irgendwie schwindelig oder so wird, dann brechen wir natürlich vorher ab. Alles klar. Läuft jetzt aber schon ganz gut. Alles noch okay? Jo, alles gut. Ich habe in Japan auch schon öfter Blut gespendet, also mir bekommt das eigentlich ganz gut. Okay. Wenn ich danach einen Zuckerhild kriege. Okay. So, das war's schon. Ah, perfekt. Dann werde ich jetzt den Zugang erst mal entfernen. Ach so. Ja. Dann mache ich, dann gebe ich ein Pflaster. Das ist immer eher unangenehm. Ja. Ähm, kann ich noch eine Tetanussspritze gleich haben? Ja, natürlich kann ich dir auch gleich eine. Sehr gut. So. Wenn ich schon mal da bin. Hallo, Baby Butterfly. Weißt du, wann sie zuletzt eine Auffrischung hattest? Ja, das ist eben schon lange her. Also ich glaube, vor acht Jahren oder so. Also ich sollte echt wieder auffrischen. Ja, gerade mal. Dann werde ich dir jetzt geben. So, ein, zwei. Ja, super. Warten wir kurz, bis sie durchgelaufen ist. Also. Lightning Niklas, vielen Dank für deinen Follower, danke. Wenn du jetzt gleich, wenn wir, wenn ich dich jetzt gleich rausbringe. Ja. Das war's schon. Perfekt. Okay. Ähm, du kriegst jetzt draußen, ähm, von den Herren von der Kirche noch etwas zu essen und zu trinken. Mhm. Von uns. Ähm, und wenn du eben magst, wir haben jetzt hier draußen noch an der Treppe noch ein bisschen Musik. Mhm. Wie du eben magst, ja? Okay, cool. Ich bin gerade raus. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Ja, klar. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend, ja? Danke, gleichfalls. Ciao. Ciao. Und dann denn? Hey. Wir kriegen hier irgendwie noch was zu essen irgendwo. Ja, was zu essen. Aber ich weiß nicht wo. Er hat gesagt, irgendwas mit einer Kirche. Nee, gar nicht. Die laden. Gleich da drüben. Er hat gesagt, das kriegen wir geschenkt. Das Essen. Wer bist du denn? Oh, Ola. Wer seid ihr bitte? Ich bin's, Brian. Oh, natürlich. Wir haben Hunger. Ja, klar. Wir kriegen hier irgendwo was. Ja, genau. Ja, gut. Die Signorita fällt schon fast vor die Flasche, Simon. Alles gut. Ja. Ja, ein bisschen was wäre nur jetzt ganz gut. Ein bisschen schwindelig ist mir schon. Oh, Zimtschnecke. Haha. Ich muss den Typ mit dem Hut da fragen. Ich bin nur hier, weil ich krank bin und hier rumstehe. Ja. Ah, danke. Oh, Zimtschnecke, Donald. Geil. Äh, Moment. Es gibt noch Getränke. Ich wusste, du hast das nicht mehr raus. Lust? Ja. Ich habe Bubble Tea, ich habe Exotic Tree, Meshack Kakao, Meshack Bananen und Meshack Bananen. Und ihr könnt euch zwei aussuchen. Kakao, bitte. Und noch eine Meshack. Zwei aussuchen. Ähm, Bubble Tea und Meshack, bitte. Äh, unser Sancho. Meshack Bananen und Kakao. Aha. Und die Meshack Kakao, ich habe sie bekommen. Ja. So, und die Dame war ein Bubble Tea. Und, äh, ein Bubble Tea und ein, was habe ich gesagt, Meshack, Meshack Kakao. Äh, Bananen, Vanille oder Kakao? Äh, Kakao. Okay, Moment. Und, bitteschön, ne? Und danke für eure Spenden und so. Ja, klar, jederzeit. Macht ihr das öfter? Äh, das ist ja jetzt hier eine Sache vom FDI, ne? Ich bin ja hier nun als Helfer, als Helfer und so weiter, aber wir haben das jetzt häufiger geplant, ja. Hm, okay. Ist schon die Kirche hier gerade, ich, Mann? Ja, aber die, äh, Spenden sind alle heute vom FDI, da haben wir ja nichts mehr zu tun. Na, so, die Heilige Vater hat gesagt, dass ich da auch manchmal singen oder so. Ach so, du bist hier wegen der Musik? Ne, gar nicht. Aber die Heilige Vater hat gesagt, dass wenn die machen diese Gottesdienst oder eine Hochzeit, die sollte immer sowas singen und so. Hat davor ein Lied geschrieben. Ja, finde ich voll toll, Mann. Ja, hurra. Haha. Voll gut? Ja. Ja, und jetzt werde ich mir die Schinderegler mitnehmen. Okay, dann gehen wir mal. Ja. Ja, später. Hallo, Ego. Kaleo, hast du noch Babel? Und wohin? Ja. Weiß nicht. Wo kann man rummachen? Also, ähm, ich weiß nicht, wo du jetzt rummachen willst, aber er hat gesagt, dass da bei den Stufen Party ist gleich. Wo ich sie schon wohnt. Ach so. Also, wir können ja da mal, weiß ich nicht, unseren Donut essen. Natürlich. Ich versuche mich zu melden. Das.